gerade wo ich dann muss um meine leute wieder zu bekommen kommen in der hülle nach ha 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 gewabe nicht meine leute wieder hallo was soll das spiel haben gerade mal einfach die party member das kannst du nicht machen ja es ist einfach mal schnee hier ist klar ist logisch erst grün und dann schnee das macht voll sinn und so wir sind wie wohl echt am ende der welt was war denen das etwa ein drache was macht der kleine teufel neid nur passen auf dem was nur auf dem planet bahamut der könig der drachen das macht er hier alles gehörten die drachen zu den herrscher rassen jetzt sind es nur dumme monster die drachen haben mit lucifer gekämpft ja aber hier wird nur verband unserer evolution wort gestoppt darin seid nur ihr schuld tun tun wieso wir wieso wir ich bringe gott die köpfe der teufel dann vergibt er uns und wir nehmen euren platz ein niemals das kann ich nicht zulassen zu kämpfen der mal coolen sprite der mal echten grund bleibt ich glaube das ist der final fantasy 10 bahamut oder der die verdammt kulten zweiter sie verdammt cool aus die dinge kam und das ist ein cooler beschwerung kohlener aktoren was ich was wollte immer was so ein fick aber mein freund ist auch nicht lange aus sein natürlich gemacht seine mega attacke da wäre was sie heißt ich habe es vergessen ich nur ein bisschen feuer vom himmel er ist tot ok 15.000 ep 10.000 teile bachamut auch behalten verloren alles verloren in meine seele und halte sie in der ehre ja schön gut ist eine bachamut war das wahrscheinlich ist optional essen eigentlich mal die 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 weiß können das auch einfach über die sachen laufen aber was weiß nicht ich kann nicht irgendwie keine ahnung so dabei hätten wir auch die hülle vom bacher amot er was das darstellen sollte gemeistert hier ist das hier sind aber damit ich habe ich habe alle gekommen dass ich mir da gucken ich hätte gerne luftschiff irgendwie weiß nicht irgendwie klappt bisher gab es kaum ein alter nicht weiter bisher gab es kaum ein alter macht luftschiffe kann mich immer es nicht daran erinnern dann macht 1 2 kann ich mich sowieso nicht so derbe daran erinnern ich gesagt weil das ja schon ewig lange her ist dass es gespielt habe und ich bin auch gar nicht hier im display und da sowohl von daher ist er noch gar nicht hochgeladen von daher wenn man so ein komischem tour am ok und hier spielt immer noch dieselbe musik wie auf der oberwalt ein mimik eine mimik ja hallo mimik du stirbst dass wir mehr hp als die fliecher in einem anderen teil und schluss aus mp und so der mimik hat einen ultimativen schutz bewacht was also ultimativen schutz ok für nichts abgefunden ich will ins millioner wieder haben dass sie das alles lernen kann man doof die alle truhe ein ultimat war auch cool aber das müssen wir mehr davon ja dann lernst du das einfach mal neid errichtet wird schon so weit weg sein den ich noch mal und elixir ja wer zu nie lernen der entwickler ich spüre weit neid wir haben haben wir alles haben alles habe ich das spiel gehabt gemacht warum habe ich die leute immer noch nicht ich habe das gefühl dass sie etwas falsch ist glaube ich bricht das sollte wahrscheinlich gar nicht mal in der gruppe sein denke ich mal deswegen werde ich das eben kurz mal ablegen und werde ihn austehen und werde der mann der anderen party mit sind ja wieder rein tun also leute wir sind gleich wieder bis gleich so das sind wir wieder wir haben es alle wieder in der party und sind sogar einigermaßen einigermaßen an einem level angepasst eigentlich ist nicht aber das kann man ja beheben von daher ich will es erst mal meine leute hier erst mal wieder die die sachen beibringt hat er konnte ob luna phoenix ob luna bahamut ob auf jeden fall luna und haba mutter ist da 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 wasser kottel elektro sturm hoher aufruf blitz phoenix für phoenix wärmer hoher aufruf feuer strapien gebet hoher aufruf licht und feuer bahamut megaflare hoher aufruf feuer und dafür sind so nicht mp ha 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 oh mein gott und dann älter ist mark bis max haber aufruf taifun storm zauber aufruf neben gravia schattenangriff schildkraft gut apokalypse licht schattenangriff 100 mp und tornado windangriff 100 mp oh mein gott wie viel zauber sie hat das ist überträgen viel ich muss erstmal wir werden das jetzt noch nicht machen wir werden noch nicht zum end boss gehen denn ich will erst mal diese links da diese diese stadt da erkunden was das sein sollte keine ahnung aber da will ich nur noch mal ich will ja zu viel möglich für spiel mitnehmen auch wenn das spiel scheiße ist aber ich hab halt so ein tick dass ich auch ein netz play hat wirklich alles mitnehmen möchte als zeigen möchte und so und daher guck mal was das hier für die stadt ist oh man 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 oh ja 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 das ist ja scheiße dass die karriere halt alle irgendwie nie da waren dass man die alle auf ein level halten konnte das so ein bisschen so doof aber nun ja kommen wir jetzt auch nichts an denn ich steht einfach wieder einzelne luft das ist so doch so speichern und hier nebenbei und soll gelanget das spiel dann gegangen ist es gesund das gefühl glaube ich sogar zwei oder das sind ja immer alle irgendwie so lang und immer ein und selben spielzeit so also auf geht's sie haben sie also angemacht leben zu schaffen wird schlecht vier embryos sind noch da wir sollten sich zerstören warum den das ist doch eher als kaputt ich zerstöre und die letzten und versiegeln das labor es ist besser so ja ich glaube das recht ihr habt gar kein recht die letzten kinder werden leben das volk der engel wird von meinem leben erweckt o ein treuer computer ihr seid nicht imstande da zu verstehen es hat viren die die kinder töten wollen der computer wird sowas ich werde es zerstört computer wird jetzt ein brutkammer aha aha das ist jetzt mal ein anderer kampf würde ich mal sagen was bach 1 23 magische hände voll deine ist abwissen das man hat er das immer gelernt 3 ok irgendwas das auf alle geht wie die alte drohen wo mein gott die ddbs dann haben wir damit die mut kommen schon ausgelöscht beim alten kommen scheiden die kommen schaden ist es nicht gut halt einfach mal ein bisschen wie verschadet darauf macht aber er macht jetzt nicht schaden ordentlich machen wir machen schon macht ein kiro macht schaden aber das war es auch schon gewesen jetzt vielleicht eine ahnung ich probiere es mal jetzt haben wir auch nur der witz nee du hast doch war es denn gewesen du hast keinen blitz deswegen hat auch bisher zwei jahre nieder so passt auch blitz irgendwie erstmal messer feuer das macht erstmal schaden das überhaupt schaden macht das wäre schon mal gut warum kann mich das eigentlich normal und warum halt er sich das ist scheiße und da ist keine mp mehr schiebt das war das in der blitz der zwei deswegen muss nur mal eben kurz in empel geben um weiter das ist doch schon geil aus der andere sonne woher hat er die dinger bekommen auf einmal was zum fick die 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 so dass man besser das könnte eben mehr so machen ich habe eben genug die als ich mal ein bisschen hoch ist also viel wir machen mehr schaden als es sich ein könnte von daher wäre gut aus der luna sie macht gar keinen schaden anbindung wird die 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 und ist tot ja sehr gut so dasselbe 6000 teiler starlet orp 45 39 angelehrt 35 eis anpost sie sind zerstört ob dieser ob die quelle des computers war und er deshalb so gehandelt hat was uns diesen ort schnell versiegeln ja gehen wir ok da bist du noch bekommt starlet orp ok starlet lichtring hoher aufruf licht also die motto mit dem mp luna verweilter ok und nur so nein auf einer schmalte ist gut die 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 von dem legen wenn das ja wirklich weil das final ist könnte ich mir eigentlich auch hoch schicken 49 materiapstole kator schüttung und zwischen 40 tornado nun ein 144 finst falsche eingefleifene fadig einheilung und phoenix anbrust wasser gelernt und herr ist ohne nutzt eine seltsame besorgen 50 mp okay oh mein gott item 9 50 kreuz gelernt die rolle von 49 blitzmesser nun ein 49 drachen draschen draschen peitsche 45 drachen armbrust und noch mal die rolle 50 typhoon 50 apokalypse 1 gar nicht zu lernen schade und die haben was die 600 alle die sind werte wie bald die trainer oh mann ist nicht schön was hast ich 50 max level so du hast jetzt kreuz göttliche gabe stärkter zauber überhaupt was 150 mp also das würde das würde ich 300 mp ab wenn wir testen ob